Dann werden wir uns erst mit Ravi beschäftigen. Schätze, ich hab schon was besonderes. Danke! Haben wir beim Kräuterhändler noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Warum sollte ich erst gleich einen Tisch anfassen? Ich muss mal eine kurze Aufnahmenpause machen, die Süßen. Da ist noch ein Download im Hintergrund, das zwar pausiert ist, aber das scheint mir hier alles zu zerschießen. Ich bin gleich wieder da. Willkommen zurück bei The Witcher 3. Seit meiner letzten Aufnahme, seit der letzten Folge, also letzte Woche, sind dann doch wieder ein paar Tage vergangen. Na, das ist doch klar wie das ewige Feuer! Es ist, wie er schon sagte, so klar wie das ewige Feuer. Wenn dir was dazwischen kommt, dann richtig. Aber immerhin. Ja, es war ein großes Update für Kingdom Come Deliverance. Und dann sag ich, ah ja, die haben ja HD-Texturpakete und bla und überhaupt. Und auf einmal hieß es, ja, Update-Länge. Ja, da sind wir dann noch mit ein, zwei Stunden dabei und dann wird's spät und dann... Ja. Komm eins zum anderen. Du machst mich ganz nervös. So, mal gucken. Der ist... Ne, der ist unten. Besser als der Erste zurück im Hafen. Den Geschmack von gesalzenen Knappen. Ja, ja, ja. Ah, guck mal. Hm... Das riecht nach Ärger. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Ah, das Schwein. Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr, Pep. Ravi's Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ja, spielen wir. Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Hab ich schon erwähnt? Spielen wir! Spielen wir! Wie sehr es mich irritiert, dass Geralt schwarze Augenbrauen hat. Ich mein's ernsthaft. Schwarze Augenbrauen? Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Eine Finte mehr könnte eigentlich nicht schaden. Hm. So geht's auch. Ha, 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 hm. Das ist schon besser. Ja, spiel du nur Karten aus. Mach du nur. Die haue ich jetzt mal raus. Einfach nur, damit er noch ein bisschen was spielt. Noch sechs Karten, dann kriege ich mit den nächsten zwei Runden. Das ist so ein Anfänger. Die behalten wir zum Schluss. Und wir lassen mal die hier raus. Die drei hier, die behalten wir bis zum Schluss. Und ich habe hier die Hoffnung, dass er so schlau ist, in Einführungszeichen, wiederzubeleben. Ja, da will jetzt alles raushauen, aber das kann er knicken, kann er das. Er spielt schon eine Gut-Wetter-Karte. Den haben wir in der Tasche. Wenn er noch eine Seuche hat, wird es allerdings jetzt gleich eklig. Strömender Regen. Ernsthaft? Ist das alles, was du hast? Ja, komm. Da ist eh nicht mehr viel. So, die Runde haben wir in der Tasche. Hm. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. So, weil es so schön war. Den Dick klassieren wir jetzt so richtig. Ich zeig dir jetzt mal, wie man spielt. So. So. Zügle deine Begeisterung, Freundchen. Und sitz still, sonst tust du dir noch weh. Aber, er hat gewonnen. Und, jetzt spielen wir was anderes. Mhm. Du bist so gut wie tot. Greif dich von hinten an! Ach, wer soll mich denn von hinten angreifen? Danke. Danke. Wie soll ich dir nur danken? Die Nathalies-Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht ziehst du eine andere vor. Ich habe eine ganze Reihe, die dir gefallen könnten. Ich habe es eilig. Die Nathalies-Karte. Natürlich. Hier. Na, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum muss man den Leuten immer erst drohen? Johann Nathalies. Yeah, yeah. Okay. 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 Ja, und hier unten ist alles wie leergefegt. So stelle ich mir das vor. Ja. Sultan und die Zwerge. Der ist garantiert eine Ratte. Oh, halt die Klappe. Oh, sieh mal. Wenn, dann bin ich bitte von Sternzeichen Drache, ja? Und hier. Ja. 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 Und das hier bitte. Die ganze Nacht beruhen den Hintergrund. Soll blüht ein volles Tempo. Ah. Ja. Hört, hört. Bürger der Freien Stadt, Novigrad und Fremde. Die Nubler-Familie Wegelboot gibt sich die Ehre zum alljährlichen Großer Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennen zu laden. Es wird sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer des Rennens, ach es sind Zuschauer und Teilnehmer des Rennens willkommen. Wie üblich findet das Rennen auf dem Gelände des Wegelboot-Anwesens statt. Man wende sich mit allen Anliegen an den Rennleiter. Ja. Das Gedächtnisrennen. Später. Ah, da ist er ja. Ey, Sultan! Einmal diesen hier, einmal diesen hier. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies-Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Meinst du? Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositäten-Kabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Okay. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst es als Erster erfahren. Aha. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Ich weiß gar nicht mehr, was da oben alles drin ist. Ich weiß gar nicht mehr, was da oben ist. Der? Das ist Geralt. Und ähm... Angelt Geralt auch? Ja. Ja. Neulich hab ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Pontar? Klar doch. Ich weiß wieder, warum mir die Zwerge so sympathisch sind. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ha, 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 ha. Ruhe! Ich hab also Ungang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir, Zander? Beschissen. Also gut. Schnappt eure Routen. Wir gehen zum Pontar. Das Gelaber lass ich nicht so stehen. Nicht in meinem Haus. Bilsen, hast du gehört, dass Vibobatilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Äh, der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Pontarhechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Herbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett. Da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt? Was nimmt dir denn den Kermohen? Entschuldigt mich einen Moment. Aber ein Kermohen nimmt mal Bomben zum Angeln. Definitiv Bomben. Die gute alte Kartetsche. Angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? Und natürlich nehmen wir alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Hallo? Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Dreckiger Schlüssel. So, so. Ich wollte irgendwann mal dieses Gespräch ausreizen. Bis zum letzten. Aber... Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Hm. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Jep, jep. Und hinauf. So. Gucken wir mal. Was haben wir denn alles? Das Tafelgeschirr, von dem Kaiser M. hier bei der Krönungsfeier speiste. Dolchtes Vatier de Rideau. Nehmen wir mit. Folgende Saphirkette. Porträt des Kaisers M. hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Ist das die Offiziersrüstung? Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Hätte ich gern mitgenommen. Aber ich glaube, dass Herbert dann doch ein bisschen aufgefallen hat. Joachim de Vets Schädel. Ziemlich düstere Kuriosität. De Vets. Oh, Moment mal. Das war doch der am Anfang, den wir gekillt haben. Vom ersten Teil, ne? Damit, äh... Ah, da, gemeinsame Sache gemacht hat. Okay. So. Fringilla Vigo. Hier ist Fringilla. Statuette eines Mannes, nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Ich muss Triss danach fragen. Ja. Das ist der Grund, warum ich, äh, die Quest mit Triss noch nicht gemacht hab. Ich will mit ihr erst über die Figur reden, bevor wir dann, äh, das anfangen, äh, lebenswichtige Angelegenheit und so. Ist das der Hecht? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Wir sollten uns auf den Weg machen. Hm, ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt. Aha. Ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Verfluchte Hurensöhne. Geralt, dass der mal wieder sein Schwert nicht zieht. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Cäsars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgardische Rüstung. Ein Porträt von Emir. Joachim de Vets Schädel. Watiede Rido's Dolch. Skellens Henkerseil. Ach, du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf... Soltan. Nein. Ach, wenn du meinst. Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber. Aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Gute Idee. Ich bringe sie ihr vorbei, wenn ich dazu komme. Mhm. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's! Weil das ja auch immer so gut klappt mit Soltans Plänen, ne? Der Kerl. Irgendwann bringt er sich unfreiwillig noch ins Grab. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon er, ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Hm. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Ich kann es kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Das kann nur nach hinten losgehen. Moment. Hm. Den bringe ich um. Stimmt, bist du immer. Jungs, den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jag dem Huren so nach. Ich kümmere mich um die anderen. Ich komme da die Treppe nicht hoch, verdammt. Nimm die Leiter. Mensch, nochmal. Ja, spazier du einfach mal. Und mach die Kerze aus. Nein, du sollst die Leiter nehmen. Das ist doch nicht zu fassen. Moment. Ach. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, das ist eine der Quests, da kann man eigentlich gar nicht wirklich versorgen. Ich glaube, das ist eine der Questschäden. Okay. Der Kern meint, der könnte sich absetzen. Da irrt er sich. Warte, was gleich mit Sicherheit noch ganz andere Probleme. Genau. Solche Probleme. Ah, wo wir beim Thema wären. Nekrophagenöl. Gift ist hinten. Ja, das dürfte reichen. Nichts zu holen. Wirklich gar nichts. Okay. Okay. Das geht sehr gut. So. Da kommt hier unten nicht weiter ohne uns. Ich frage mich, wer hier unten im Kanal den ganzen Mist lagert. Und ich meine ernsthaft. So ein Blödsinn. Theoretienerz. Theoretienerz. Was haben wir denn hier? Ach ja, da liegt er. Hier gibt es auch nichts zu holen. Bevor ich da jetzt weitermache, gucke ich mich erst mal um. Man weiß ja nie, wann man hier nochmal runterkommt. Also, da läuft er eh nicht mehr weit. Guck mal, einer. Ich habe das falsche Zeichen. Ich habe das froh. Ich habe das heissen. Ich habe das froh. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020